Hallo, ich bin Gamesplanet RP. Im Lachkabinett des Jokers. Ja. Lach! Lach! Halt die Fresse. Wo ist der Batman hin? Hinter dir, aber gut. Wo ist der Batman hin? Ich verstecke mich jetzt hier drin. Wie gesagt, hinter dir. Nein, du bist nicht hinter mir, geh weg. Die Federmaus, die ist hier. Jetzt bist du paranoid, oder? Ja, ich weiß nicht, ich weinte auch nicht. Oh, Thor. Ja, Leute, ihr müsst euch da auch mal bekriegen, damit ich jemanden töten kann. Ja, ich bin voll am Braufballern, ja. Mach mal ein Tier. Bam, hab ich schon einen gekillt. Bam, da werd ich gleich gekillt, aber das macht überhaupt gar nichts, sag ich dir. Da hat doch grad ein Batman, hat da nicht schon Batman ne Dingsbums gemacht hier. Ja, ne Dingsbums. Ja. Ich mache öfter mal Dingsbums, ja. Du altes Schwein. Jetzt mach mal was da unten. Ich bin ja dabei, aber ey, dann... Unterstützung, Jungs! Oh, du wurdest markiert. Ja. Ich bin doch der Beste hier, Dark Mark und der andere spacken die Stirn nur dumm rum. Danke, Batman. Du bist ein echter Freund. Robin, du bist scheiße. Du bist ein echter Freund. Batman, schluck dir in love. Wollen wir nachher wieder Eis essen gehen? Nein, ich bin nicht Legastheniker. Ja, das war was anderes. Ich bin laktoseintolerant. Dann kriegst du von mir ein laktosefreies Eis. Geil, ey. Hallo Axel. Tschüss Axel. Axel F? Das Geile ist, da kommen die alle raus. Womens... Teammates sind scheiße. Die stehen immer nur dumm rum hier. Waschka und Dark Mark. Die standen gerade die ganze Zeit rum und ich war der einzige, der geschossen hat. Frag mal die Bane-Leute. Ich habe jetzt den dritten auf derselben Position ausgeschaltet. Die Bane-Leute sind auch scheiße, ey. Sowieso. Der Batman ist der einzig wahre Superheld. Nein. Das ist Wonder Woman. Das ist Wonder Bra, Junge. Huch. Äh. Hi. Oh, da war der Batman. Ja. Oh, da wurdest du mal wieder markiert. Nein, ich möchte nicht markiert sein. Das heißt, ich sehe, wo du bist. Ich... Nein. Dann können wir ja... Verdammt, ich habe dich aber noch gesehen. Hopp, hopp, hopp. Nein! Du scheiß Batman. Ich bin kein scheiß Batman. Ich bin ein guter Batman. Du bist scheiße. Du bist scheiße. Nein. Doch. Nein. Doch. Hör auf damit. Nein. Jetzt muss ich wieder weinen. Jetzt musst du mich wieder mit deinen starken Armen trösten. Du stehst doch auf meine Muskeln und meine Sowjetmütze. Ja, aber vor allem auf die Mütze, ey. Der ist so geil. Ja, Drohne! Drohne! Mach's kaputt! So, jetzt aber. Was? Ich finde es blöd, dass ich jetzt nicht gucken kann, wo die ganzen Gegner sind. Oh, die hat ja einen Boost, ey. Geiler Scheiß. Huaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh. Bääääm. Da habe ich Dennis Madatsch aber kaputt gemacht mit meiner Drohne, ey. Weißt du, was lustig ist? Du, ich beobachte dich. Nein. Doch. Von wo? Von da? Nein. Da oben ist der Batman. Der Batman, der Batman! Hilfe! Scheiße! Nein! Störgeräusche. Tower-Zentrale. Du wärst voll schlecht. Das kann doch nicht sein. Meine Mutter meinte, du bist schlechter. Hast du recht, ey. Was? Moment. Ey, ich versteh nicht. Ich bacher die ganze Zeit auf dich drauf, ja? Nichts passiert, ey. Und das bei meinen supidupi Aiming-Skills. Ich bin noch gar nicht da. Are you stupid? Ach, du Arschgeeks. Ich wollt grad deinen komischen behinderten Freund erkennen. Jetzt aber! Jetzt aber! Double KO. So, Freundchen! Das kriegst du zurück. That's how I'm rolling. In the Sowjetunion. Da, da, da. Ja, das ist der Sowjetunion-Dance. Aua. Immer einer, der denkt, er sei härter als der Rest. Ja, ich denk auch, ich bin härter als der Rest. Da ist der Batman. Nein. Ich habe den Batman gesehen und er wird mich wahrscheinlich trotzdem gleich attackieren. Da oben ist der Batman. Der hat grad eine Rauchbombe geworfen. Und dann... das ist dein Ende. Das ist schon scheiße. Ja, was willst du machen, ne? Ja, das stinkt wohl, ne? Hat er sich eigentlich Batman auch untergelangen? Ach, der verkackte Robin. Nein, warum Robin? Mach doch mal was gegen dir. Haha, warte. Hau ihn mal auf die Fresse, ey. Kann doch nicht wahr sein. Alter, beachte mich! Geht doch. Ich bin wieder im Spiel. Ho, ho. Tidding. Ich habe da grad etwas gesehen. Aber wer lebt denn? Ich bin tot. Keiner. Keiner? Keiner. Ja, doch. Bane. Axel. Batman, du kleiner Pisskopf. Wir müssen Bane töten. Nö. Batman, wolltest du nicht eigentlich einen anderen Skin anziehen? Ja, wann denn? Ja, öh, wann denn? Problem ist, schalte den Arsch mal aus. Ja, kein Problem. Aber ich traue mich nicht, ich werde ja immer von Batman hier hart vergewaltigt. Ah, da ist er schon wieder. Hahaha, das war's ja doch du. Haha, der Batman, ey. So cool. Kein Sinn für Teamwork. Warum? Ich habe ja mit Teamwork Robin. Robin, Teamwork. Merkst du den Fehler? Nein. Das war mir klar. Das war mir klar. Ich bin doof. Ja, das war mir auch irgendwie klar. Das Problem ist, ich kriege den nicht tot. Wen, Bane? Selbst wenn ich wollte. Bam, da ist Robin tot. Eigentlich wollte ich das ja für Bane einsetzen, aber nö. Spontan habe ich mich umentschieden. Eckendeckung. Eigentlich wollte ich das sogar für Batman einsetzen, aber dann dachte ich mir auch, komm. Alter, töte doch einfach Bane. Nö. Der ist doch eine viel größere Bedrohung. Nein. Dankeschön. Komm schon, Bane. Stirb du kleiner Muschi. Muschi. Hast du ihn? Nein, nicht. Ich habe die ganze Zeit auf ihn geschossen. Schau mal, er kommt jetzt zu mir. Nee, er kommt doch nicht zu mir. Er rennt weg. Bane hat Angst. Ich laufe jetzt Bane hinterher. Wo bist du denn? Wo ist denn der? Der hat sich teleportiert. Der hat sich auch gesehen. Ich muss weg hier. Nein, Bane hat mich. Verdammt. Bane hat mich getötet. Hat er mich auch? Ja. Aber er hat nur noch 18% Leben. Ja, und Bane's Gang hat keine Verstärkung mehr. Bane's Gang, Gangbang die alleine jetzt. 15% ist es nur noch. Ja, der Unterschied ist enorm. 3% an 3%. Das geil ist, bei mir kommt nur jede Woche ein Part von Batman, also generell von irgendwelchen Multiplayer-Spielen. Also habe ich jetzt erstmal für die nächsten 6 Wochen Vora. Da ist der Bane. Warte mal, der muss noch. Der muss. Nein. Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich den Kind für Robin bekommen. Aber nicht. Oh, das ist Schwäler Bane, der kleine Motherfucker. Jaaaa! Was denn? Der hat mich gewonnen, das! Stürpain! Mach den mal fertig! Bam! Ich habe ihn gekillt. Den kleinen Pisser. Sauber. Endlich ist der auch mal tot. Ich bin der beste Motherfucker auf der Welt. Ja, du wurdest da wieder markiert. Ne, du nicht. Ja, 21 Sekunden Reese-Boch. Wer lebt denn jetzt noch? Äh, Robin. Robin? Ne, das noch. Das noch nicht mehr. Und Dennis Madatsch. Madatsch? Madatsch. 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 Wo ist der? Der ist, glaube ich... I don't see him. Irgendwer von euch tot? Nein. Also ich noch nicht, noch nicht. Das kann sich aber noch ändern. Ja, du wurdest markiert. Das heißt, Robin weiß, wo ich bin. Ja. Und du auch, weil du ja auch eigentlich gleich wieder kommen müsstest, ne? So demnächst. Und die Gegner hier hin. Mit Soldat. Ich sehe keinen. Da ist Robin. Scheiße. Nein. Nein, Batman! Bring doch Batman um, Junge! So ist nice. Geht genau auf, yo! Oh, nein! Geil! Geil! Das sollten wir jetzt immer so machen. Ich wollte halt eigentlich nur irgendwas anderes aufnehmen. Aber hey! Was willst du denn aufnehmen? Ähm. Alles. Irgendwas. Ach das! Mensch, ey. Ganz schön viel. Ja, alles mögliche. Ich muss sowieso nochmal alles mögliche aufnehmen. Mh. 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 Ach man, schon wieder Batman in der Arsch geht's. Ejo. Ejo. Ei. Ach, halt die Fresse. Okay. Wütend! So. Ich guck grad bei Dark Mark zu. Das Problem ist, ich werde A von irgendwem beschossen. Und B? Du weißt nicht wo er ist. Ah ja. Ja. Ich allerdings weiß wo du bist. Ich hab... Da ist der Batman runtergesprungen. Ich schmeiß ne Granate und werde ihm bestimmt verfehlen. Ich muss abhauen. Ich muss abhauen. Der Batman, der wird mich bestimmt gleich wieder klicken. Oh, da hinten ist er, da hinten ist er. Oh, Batman ist tot. Verdammt. Hat man einen Flur eigentlich. Ich bin der einzige der irgendwas macht. Robin macht gar nichts. Ja, Robin ist ja auch schwul. Das ist die logische Konsequenz leider. Äh, 17,8 hab ich. 17,8? Ja, ich weiß. Stirb Junge. Ich hab jetzt glaube ich 13,8 oder so. Äh, ich bin grad am überlegen. Muss man grad mal gucken. Weil das Problem ist, Robin hat es nicht drauf. Da hast du wahrscheinlich recht. Weil Robin ist glaube ich Minus oder so. Ja. Da oben. Ich will. Ich sehe da einen Oberheld. Da bin's Robin. Guck, genau das. Der, der sieht. Du siehst den. Und was macht er? Nix. Er haut ab. Nix. Ja. Pussy. Pussy. Robin, Robin, Robin. Wo kam das wohl in Schloven? Junge. Jawohl, Robin. Albert, man, du bist so scheiße. I hate you. Weißt du was geiles? Ich kann dein gesamtes Team mit dreimal ausschalten. Unglaublich. Keiner hat's bemerkt. Alle Schwanzlutschen ne kleine Muschis. So. Next. Ihr nehmt ja jetzt gar keiner mehr. Doch. Wo denn? Ach da. Ja. Wir haben doch noch Verstärkung. Die Jokers. Ja, ja. Ihr doch. Mal respawn können die noch. Hallöchen. Fuck. Ach ja, die können mich ja sehen. Bleib stehen. Wer auch immer das ist. Nein, er ist weg. Verdammt, wo ist er denn? Da. Nein. Das gibt's doch nicht. Warum kann ich denn nicht schießen, ey? Ja. Mensch, gewonnen. Oh ne Scheiße hier. Du wurdest noch. Hahaha. Das sieht so gay aus, ey. So siehst du auch in real life aus. Klar. Immer mit meiner Russenmütze. Hahaha. Oh geil. Okay. Oh man ey. Das geht schon. Dieser kleine Pisser. Warum schießt der nicht auf dich? Soviel dazu. Haut rein. Tschüss.